License vorstellen. Jetzt muss ich noch bestätigen und möchte gern mit einer Präsentation beginnen, die euch zeigen soll, was überhaupt das Anliegen dieser Digital Level Up License ist. Und die gebe ich jetzt da gleich einmal frei und starte sie. So, ich hoffe ihr seht es und ihr könnt mich auch gut hören. Die Digital Level Up License, warum ist eigentlich ein Projekt, das entstanden ist? Ja, zunächst einmal, was euch heute erwartet in diesem Workshop. Ich werde euch in einem ersten Teil dieses Projekts vorstellen und ihr Anliegen dazu. In einem zweiten Part wird dann der Robert euch vorstellen, wie diese Digital Level Up License auf EduVidol als Moodle-Kurs funktioniert und weiteres gibt es den Hinweis, dass es auch auf LMS abrufbar ist. Und dann, wenn uns noch Zeit bleibt, möchte ich euch gern vertiefende Materialien für Lehrpersonen zu dem Kurs vorstellen. Zunächst einmal ist diese Digital Level Up License eine Kooperation im Auftrag oder unter Mitwirkung letztendlich des Ministeriums des ÖAD, dort ist es auch gefeatured und ist entstanden in einer Zusammenarbeit von BA Wien, BA Niederösterreich und KPH. Und das Ziel ist eben, diese Geräteinitiative didaktisch zu begleiten. Also die Implementierung der Geräte und das erste Umgehen damit eben auch didaktisch anzuleiten. Und deshalb gibt es in dieser Digital Level Up License auch so eine Art Kompetenzkataloge, aber eben auch viele Anregungen und Arbeitsblätter und Videos, Erklärvideos und Links, die ich euch gerne vorstellen möchte. Also wir haben einerseits gratis Material für euch verfügbar, also unter Creative Commons Lizenz, OER, dann didaktische Anwendungen, eben adaptierbare Möglichkeiten für euch, sodass ihr das immer zielgerichtet für eure Klassen, eure Schule anpassen könnt und eben zahlreiche Impulse und Anregungen. Welche Materialien beinhaltet also diese License? Es ist eine, einerseits geht es um Checklisten, die man abhaken kann. Es gibt eben Arbeitsblätter, Lösungsblätter und Erklärvideos, Urkunden und Linksammlungen. Und es besteht aus drei Levels, die die Schülerinnen und auch damit die unterrichtenden Lehrerinnen bei der Implementierung begleiten sollen. Es fängt an mit dem Level 1, wo es vor allem darum geht, auch einmal das Gerät in Betrieb zu nehmen, zu nutzen, die Basisfunktionen kennenzulernen und zu vertiefen. Im zweiten Level geht es vor allem auch um Texte und Standardsoftware zu verwenden, aber auch in Apps für den Unterricht und im dritten, dann vor allem auch um das Kooperative und Medienerstellung, wie ich euch gleich zeigen werde. Vielleicht noch eines dazu, die Kids können einfach diese Levels durchmachen, erhalten pro Level auch eine Urkunde und erwerben so nach allen Levels dann diese Digital Level Up License für sich. Im Level 1, wie gesagt, geht es vor allem um das Gerät in Betrieb zu nehmen, Dateien, eine Ordnerstruktur am Gerät zu finden, aber auch Regeln im Umgang mit den Geräten zu entwickeln, das Passwort zu schützen, respektvoll mit anderen im Internet umzugehen, Bilder und Inhalte im Internet suchen und Internetquellen angeben. Im zweiten stehen vor allem eben die Standardsoftware im Fokus, aber eben auch mit dem Gerät Üben Aufgaben erledigen, Apps für den Unterricht verwenden, mit Lernplattformen zu arbeiten und sich mit anderen online auszutauschen und im Level 3 eben vor allem auch die Sachen aus den beiden ersten Leveln zu vertiefen, aber eben besonders kooperativ zu arbeiten und eben die Medienerstellung. Pro Level gibt es drei Bereiche, die wir als Zusammenspiel sehen und zwar der erste Bereich ist eben dieser technische Bezug, der sich auf die Bedienung des Geräts und auf die Möglichkeiten der Geräte richtet. Der zweite Bereich, das ist der soziale Bezug, da geht es vor allem um Regeln und Verhaltensweisen, um Workflows, um Vereinbarungen im Umgang mit den Geräten. Und im dritten Bereich geht es vor allem um die Inhaltsdimension, wie kann ich das Gerät im Unterricht gut einsetzen? Und diese drei Bereiche prägen jeweils ein Level der License. Es gibt ein Teaser-Video dazu, das euch auch das Vorstellen stellt und das möchte ich euch einfach gerne mal zeigen. Hier findet ihr noch einmal alles zusammengefasst. Und ich schaue mal, dass ich das gleich auf YouTube öffne, denn da haben wir... So, ich hoffe, dass ich das im Vollbildmodus kriege. So, jetzt. Michael, wir sehen, glaube ich, noch die Präsentation, also ich zumindest. Hier seht ihr es nicht, hoppala, dann muss ich... Aber es hat in der Präsentation funktioniert zum Abspielen. Ja, dann machen wir das in der Präsentation, ja. Ich gehe noch einmal in die Präsentation rein und gebe das noch einmal frei. Jetzt muss ich da zuerst aussteigen, leider Gottes, damit ich zu uns wiederkomme. So, die Freigabe der Präsentation. Hoppala. So, ich gehe noch einmal eins zurück und starte das. Und jetzt solltet ihr das dann sehen können. Willkommen zur Digital Level Up License, der Checkliste für den Umgang mit deinem neuen mobilen Gerät. Mit Hilfe dieser Checkliste erwerbst du digitale Kompetenzen und kannst herausfinden, wie du dein Gerät bedienen kannst, welche Funktionen es hat, wie du mit Programmen und Apps gut lernen kannst und welche Regeln du einhalten musst. Hake deine erreichten Kompetenzen ab und komm so ins nächste Level. Bei manchen Aufgaben gibt es auch noch Extra Badges und sogenannte Social Badges zu gewinnen, wenn du schon so gut mit deinem Gerät umgehst, dass du auch anderen helfen kannst. Die drei Farben, die du immer wieder in den Checklisten findest, stehen für drei verschiedene Kompetenzen. Grün steht für die Bedienung deines Gerätes, Rot für Regeln und soziales Lernen und Blau steht für alles, was mit den Programmen und Apps zu tun hat. In der Checkliste sind Arbeitsblätter, Erklärvideos und Links zu interessanten Webseiten verlinkt, mit denen du in der Schule oder auch zu Hause arbeiten kannst. Hier ist ein Beispiel für ein Arbeitsblatt, bei dem du dir ein Video ansehen und danach Fragen beantworten musst. Du erreichst die Level-Up-License nach drei Levels und am Ende jedes Levels erhältst du eine Urkunde. Auf Level 1 lernst du zum Beispiel dein Gerät zu nutzen und zu schützen, Regeln einzuhalten, Inhalte im Netz zu suchen und Quellen anzugeben. Auf Level 2 lernst du Texte übersichtlich zu gestalten, Präsentationen zu erstellen, Apps für den Unterricht zu verwenden und die Lernplattform zu nutzen. Level 3 lernst du deine Daten abzusichern und zu verwalten, mit anderen online an Dokumenten zu arbeiten, sowie Audios und Videos für Projekte zu erstellen. Unsere Level-Up-License hört bei Level 3 auf. Das bedeutet aber nicht, dass du dann schon alles über dein digitales Gerät weißt. Du wirst im Laufe der Jahre sicher noch viele weitere Levels im Umgang mit deinem Gerät erreichen und zahlreiche andere Kompetenzen erwerben. Aber jetzt einmal viel Spaß und Erfolg beim Erreichen der ersten drei Levels. Ja, soweit also dieses Teaser-Video und ich stoppe da mal meine Präsentation, um euch zu zeigen, wie das dann auf der Plattform aussieht. Und dazu muss ich diese auch freigeben. Und zwar Moment. Dann mal raus. So. Jetzt habe ich es wieder. Und weil das noch besetzt war von dem YouTube-Video und damit gebe ich das gleich einmal wieder frei. Einen Moment. Gut. Ihr findet diese Seite auf ÖAD, digitales Lernen. und ich poste gleich einmal das in den Chat. für euch. Und ihr findet hier einerseits einmal dieses Teaser-Video. Ihr findet auch noch einmal die Erklärung dafür. das ist jetzt die Seite, die man gleich auch mit den Schülerinnen verwenden kann. Und ihr findet auf dieser Seite auch zu den einzelnen Levels eben diese Checklisten, die man als PDF interaktiv ausfüllen kann. und ebenso die Urkunden, die ihr verwenden könnt. Das seht ihr da zu den einzelnen Levels. Vielleicht eines noch dazu gleich. Also noch einmal diese Digital Level Up License ist gedacht für die didaktische Implementierung noch einmal der Geräte. Natürlich kann man die auch verwenden für dieses zukünftige Fach digitale Grundbildung. Und dennoch gibt es natürlich Unterschiede aufgrund schon alleine des Lehrplans. Aber ein Mix ist sicher möglich und kann euch dabei unterstützen, wenn ihr eben Materialien braucht. Und ganz unten findet ihr eben den Bereich für die Lehrpersonen, der jetzt ausgegraut ist, absichtlich, damit die Schüler nicht gleich drauf gehen. Aber der wichtig ist für euch selbst. Und wenn ihr da eben weiter klickt, dann seid ihr in diesem Bereich. Ihr findet auf diesen in dem Bereich für Lehrpersonen eben einerseits das Begleitheft, das euch zeigt, wie man mit dieser Digital Level Up License gut arbeiten kann im Unterricht. Ihr findet es aber eben auch hier zu den einzelnen Levels die Checklisten, auch die Checkliste aus Power Point, die ihr dann ganz einfach adaptieren könnt, wenn ihr sagt, okay, diese Checklisten, die es für dieses Level gibt, die finde ich jetzt da, die möchte ich gerne adaptieren, speziell für meine Schule, für meine Klasse. Ich zeige euch nur kurz diese Checkliste, wie die funktioniert im Prinzip. und ihr seht da eben für diese einzelnen Bereiche die Kompetenzen angeführt und eben für die Schülerinnen die Möglichkeit, das hier auch interaktiv auszufüllen, wenn sie das erledigt haben. Dazu gibt es eben diese Arbeitsblätter und Links, die sind sehr unterschiedlich, je nachdem, was hier auch an Kompetenzen verlangt wird. und wenn ich da wieder zurückgehe, dann ja und außerdem findet sie Entschuldigung noch einmal, hier, wenn ich noch einmal da draufgehe, ich öffne das noch einmal gleich, wenn wir zum Beispiel etwas haben, wie wie suche ich im Internet, findet sie hier eben auch diese Arbeitsblätter, die man eben auch interaktiv gleich ausfüllen kann und zu diesem Arbeitsblatt findet man eben im Lehrerbereich auch gleich die Lösung dazu und weitere Hinweise für Lehrpersonen, wie man eben das vielleicht noch anders, also wie man das erweitern kann, vertiefen kann, ergänzen kann. Weiter unten findet man dann auch weitere Vertiefungen für Lehrpersonen, auf die ich später noch eingehen werde. Ich scrolle deshalb einmal da runter und hier sieht man dann eben auch die Links zu den Kursen, die insofern auch eine hoffentlich gute Möglichkeit für euch sind und Erweiterung für euch sind, weil wir die Rückmeldung bekommen haben, ja, man kann also diese einzelnen Elemente der Digital Level Up License gut verwenden im Unterricht, aber wir würden noch ganz gerne mehr im Unterrichtsgeschehen begleiten als Lehrpersonen, die Schülerinnen und das ist natürlich toll in dieser Kursform möglich und ich freue mich, dass wir da eine gute Kooperation auch gefunden haben mit Eduvidual und mit Robert Schrenk und das für euch hoffentlich gut umgesetzt haben, auch aus Kursform. Und damit gebe ich gleich weiter an dich, Robert und beende mal meine Präsentation und möchte euch nur noch bitten, eines noch, wenn ihr Fragen habt, bitte postet es im Chat, ihr könnt euch jederzeit auch Fragen stellen und eine weitere Bitte, wenn ihr gute Materialien darüber hinaus gefunden habt, auch für euren Unterricht, jetzt in der Begleitung der Krede-Initiative dann gerne posten, auch in den Chat und für uns zum Austausch dalassen. Gut, damit stoppe ich einmal meine Präsentation und gebe an dich weiter. Vielen Dank für die Anmoderation auch, also auch von mir herzlich willkommen zu unserem Workshop hier, wie der Michael schon erläutert hat, bin ich zu diesem Projekt dazu gestoßen, aufgrund dieses Wunsches, dass diese Digital Level Up License auch in Eduvidual verfügbar sein sollte, als Kursvorlage und ich habe dann gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen von der Pädagogischen Hochschule Wien, also dem Michael und der Petra Schutschig im Wesentlichen diesen Kurs gestaltet. Worum geht es denn aber, wenn wir das in Eduvidual ablegen? Der Michael hat es glaube ich schon noch in einem Nebensatz erwähnt. Letztendlich geht es darum, dass die Lehrerinnen eine bessere Möglichkeit haben, die Schülerinnen digital zu begleiten. Das heißt, ihnen Feedback zu geben auf ihre Leistungen, dass es eine Übersichtlichkeit gibt über den Leistungsfortschritt der jeweiligen Schülerinnen. Das ist einmal eine wichtige Grundbedingung. Wir haben darüber hinaus auch den Kurs mit Zusatzfunktionen ausgestattet, die ein wenig die Motivation der Schülerinnen steigern sollen. Ich werde jetzt zeigen, wie dieser Kurs in Eduvidual aufgebaut ist und genutzt werden kann und auch die verschiedenen Varianten, wie man ihn in den eigenen Unterricht integrieren kann. Es sei hier gleich gesagt, man muss nicht zu 100% Eduvidual verwenden, um alleine auf diese Kurs Ressource zugreifen und sie im Unterricht verwenden zu können. Es ist auch die Möglichkeit für Personen, die sonst nicht mit Eduvidual arbeiten, diesen Kurs mit den erweiterten Funktionen verwenden zu können. Ich gebe mal meinen Bildschirm frei. Ihr solltet jetzt meinen Browser sehen mit dem Login Bildschirm von Eduvidual und ich starte jetzt bewusst an dieser Stelle, um euch auch kurz zu zeigen, wie man diese Digital Level Up License findet, unabhängig von der Webseite vom OJD. Ihr könnt euch natürlich gleich an dieser Stelle anmelden oder auch nur als Gast hineingehen. Das ist beides möglich. Ihr findet dann auf der linken Seite den Ressourcenkatalog und darin befinden sich auch viele andere offene Bildungsressourcen, die ihr ebenso wie die Digital Level Up License verwenden könnt. Wenn ich jetzt hier nach License suche, dann komme ich auch gleich zu diesem Kurs, den wir hier gestaltet haben. Und man kann gleich sehen, es gibt diese drei Levels, die hier als Kursabschnitte hinterlegt sind. und es gibt auch einen Bereich mit Anleitungen, wie man mit dem Kurs arbeitet. Hier können auch die Schülerinnen und auch die Lehrerinnen ein bisschen was über das Drumherum erfahren. Es ist aber so, dass ich jetzt nur als Gast angemeldet bin. Es ist natürlich bei einem EDV-System schwer möglich, persönliche Fortschritte zu speichern, wenn man nicht angemeldet ist. Deswegen bekommt man hier auch diese Information eingeblendet, dass man eigentlich jetzt als Gast nur alles anschauen und abrufen kann, aber natürlich nicht eigene Inhalte hochladen kann oder auch nicht die Checkliste verwenden kann. Wenn man das möchte, dann benötigt man ein Nutzerkonto in EduVidual und das kann man einfach bei diesem Login-Bildschirm bekommen, indem man über ein Microsoft-Konto, ein Google-Konto, über das Portal Digitale Schule einsteigt oder sich eben ganz gewöhnlich registriert. Nachdem man sich angemeldet hat, also ich werde mich jetzt anmelden, kann ich mich in diesen Kurs einschreiben, damit ich als Lernender, also in dem Fall, man bestätigt dann noch hier, dass man tatsächlich hier diesen Kurs anmelden möchte, jetzt bin ich eingeschrieben und man sieht jetzt hier, dass auf der rechten Seite neue Funktionen dazubekommen sind, die vorher nicht da waren und ich habe jetzt nämlich hier einen Fortschrittsbalken dazubekommen, das heißt, ich bin jetzt hier Lernender in diesem Kurs, ich sehe hier, welche Aufgaben schon erledigt sind, welche noch nicht erledigt sind und ich habe die Möglichkeit Urkunden und Badges zu sammeln, ich bin mir nicht sicher, ob der Michael das vorhin erwähnt hat, aber man kann bei jedem Level von diesen drei einen Social Badge und einen Extra Badge verleihen an die Schülerinnen und man kann auch die Urkunde selber für den Abschluss eines Levels natürlich ebenfalls bekommen. Das heißt, die kann man hier als Lernender Schüler, Schülerin dann auch in seinem Inventar sammeln und sich freuen, sozusagen. Eine weitere Maßnahme, die wir eingebaut haben, das ist dieses Level-Up Plug-In, wie es heißt, wir haben, es gibt Betitelt Experience Points, das ist immer dann, wenn Schülerinnen im Kurs einen Lernschritt erledigt haben, bekommen sie Erfahrungspunkte und können auch hier dann Levels aufsteigen. Das ist eben dieser Gamification Aspekt, mit dem versucht wird, die Lernmotivation ein wenig zu fördern. Wie schaut jetzt so eine Level selber aus? Wenn ich da hineingehe, dann sieht man, hier ebenso wie in dem PDF die einzelnen Deskriptoren aufgelistet sind, jeweils als eigene Aufgabe. Wir haben das lange durchdiskutiert, weil es auch nicht zu allen Deskriptoren eine tatsächliche Aufgabenstellung gibt, wo die Schülerinnen von diesem Kurs etwas tun sollen. Es ist zum Teil auch nur einfach eine Vorlage, was man denn hier eigentlich abdecken sollte. Und das ist auch ganz bewusst von uns so umgesetzt worden, dass hier wirklich für jeden Deskripto eine Aufgabe enthalten ist. Denn es muss ja nicht das gesamte Lernen digital stattfinden. Es heißt ja nicht, dass die Schülerinnen immer alles digital machen müssen oder eventuell auch nicht immer alles im Eduvidual machen müssen. Es kann ja auch dann abseits von Eduvidual etwas gemacht werden. Beispielsweise es wird eine Bauarbeit Präsentation gemacht. Ich muss es ja nicht zwangsweise hochladen. Ich kann mir das auch einfach im Unterricht anschauen, aber ich kann trotzdem diese Aufgaben hier verwenden, um festzuhalten, dass Schülerinnen das gut gemacht haben. Und die Schülerinnen können hier auf der rechten Seite selbstständig abhaken. Also wenn ich jetzt hier sage, das ist erledigt, ein Häkchen und es ist damit fertig und dann auch in diesem Fortschrittsbalken erledigt. Wenn ich weiter runter schaue, sind diese drei Bezüge, die schon vorhin genannt wurden und am Ende des jeweiligen Levels befinden sich dann auch hier Aufgaben, die wir hier benutzt haben, um zu steuern, welche Schülerinnen die Urkunde oder diese Badges bekommen. Das heißt, auch die Schülerinnen, die sehen hier, dass es diese Urkunde gibt, aber ich kann nicht draufklicken. Auch den Badge, ich komme da nicht drauf. Erst wenn eine Lehrperson mir zugestanden hat, dass ich diese Urkunde bekomme oder dass ich diesen Badge bekomme, kann ich dann auch hier auf diese Ressourcen zugreifen und dann diese begehrten virtuellen Gegenstände einsammeln beziehungsweise das Zertifikat herunterladen. Das heißt, wir sehen, dass einfach das Lern-Design abgelegt ist, so dass die Lehrerinnen auf eine relativ einfache Art und Weise steuern können. Also ich muss nicht hier maschinell alle anderen Aufgaben erledigt haben, damit dieses Zertifikat freigeschaltet wird, sondern die Lehrperson hat hier die absolute Kontrolle, diesen Kurs sehr flexibel zu verwenden, so wie es eben gerade praktisch ist und gut ist. Und das heißt ja auch nicht, dass ich alle Funktionen wie auch dieses Level-up wenn ich sage, das ist zu viel des Guten, dann lasse ich es zum Beispiel auch einfach weg. Aber wir haben es vorbereitet, sodass ich es, wenn ich es möchte, auch verwenden kann. Jetzt gehe ich natürlich hier weiter hinein in diese Anleitungen, denn ich habe die Schülerinnen Sicht gezeigt, wie ich jetzt als Lernender mit diesem Kurs umgehen kann. Und ich habe darauf verwiesen, was die Lehrperson alles tun kann. Nur dazu benötigt es ja irgendeine Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen. Und ich kann daher diesen Kurs in verschiedenen Varianten verwenden und diese Gegenüberstellung findet man unter Informationen für Lehrerinnen auf der zweiten Seite mit dem Kurs arbeiten. Also es gibt prinzipiell hier vier Varianten, wie ich mit dieser Kursvorlage arbeiten kann und entsprechend habe ich dann auch mehr oder weniger Funktionsumfang. Die rudimentärste Form wäre, so wie ich es ganz am Anfang gemacht habe, der Gastzugang könnte auch genauso reichen, wenn ich sage, ich möchte einfach nur PDFs herunterladen von den Aufgabenstellungen, die Arbeitsblätter, der Rest interessiert mich nicht, wobei ganz ehrlich gesagt, dann ist wahrscheinlich die OAD-Homepage die bessere Anlaufstelle, wo das ja genauso als PDF alles verfügbar ist und aufbereitet ist. Wenn ich mich als Einzelperson anmelde, so wie ich das vorhin auch gezeigt habe, dann habe ich die Möglichkeit auch Abgaben zu machen. Das heißt, ich kann jetzt bei den Aufgabenstellungen auch etwas hochladen. Ich kann auch die Checkliste verwenden und ich bekomme diese Experience Points, wenn ich Aufgabenstellungen erledigt habe. also das ist jetzt für mich, so wie ich hier jetzt in dem Kurs angemeldet bin, bereits möglich. Aber es gibt leider niemanden, der mir Feedback geben kann, also zumindest nicht in diesem Eduvidual-Kurs. Natürlich kann ich das so wie immer schon der Lehrperson zeigen, was ich gemacht habe und es kann natürlich auch parallel Kommunikationsstrukturen geben, um Rückmeldung zu geben, aber der Sinn eines digitalen Lernraums wäre es ja, dass wir die gesamte Kommunikation, die diesen Lernprozess betrifft, bündeln, damit es übersichtlich an einer Stelle stattfindet. Das heißt, wir wollen eine Möglichkeit haben, dass die Lehrerinnen direkt in diesem Kurs mit den Schülerinnen in Kontakt treten. Dazu bestehen jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die Funktion Gruppe anlegen. Die ist ein bisschen niederschwelliger, das heißt, die richtet sich auch an Lehrpersonen, die zum Beispiel ansonsten EduVidual nicht verwenden und die können dann innerhalb dieses Vorlagekurses eine Gruppe anlegen, bekommen Einladungslinks, die sie dann den Schülerinnen weitergeben und wenn die Schülerinnen den Einladungslink einmalig anklicken, dann sind sie Teil dieser Gruppe und dann kann ich als Lehrperson meine Schülerinnen begleiten. Das heißt, ich bekomme dann die Funktion dazu, dass ich die Lernfortschritte der Schülerinnen sehen kann, dass ich Feedback und Bewertungen abgeben kann und die Badges und die Urkunden abgeben kann und dass ich auch in Microsoft Teams einbetten kann. Es ist ganz unangenehm, ich muss leider nur kurz an meine Tür gehen, ich bin sofort wieder da. Ja, also vielleicht kann ich da übernehmen. Die letzte Möglichkeit ist natürlich, dass ich voll einsteige mit meinem Login auf EduVidual und das Lernpaket dann klonen kann. Und wenn ich dieses Lernpaket klone in meinen eigenen EduVidual Kurs, in meinen eigenen Bereich, dann habe ich natürlich die volle Berechtigung und kann alles adaptieren, was ich möchte. Und damit gebe ich wieder zurück. Okay, vielen, vielen Dank Michael für das Film dieser Lücke. Es tut mir wirklich leid, das war ganz ungünstig, aber wenn man zu Hause ist, ist immer das gewisse Risiko. Ganz richtig, also diese vierte Variante spielt die volle OER Karte, wenn ich so möchte, aus, denn offene Bildungsressource OER bedeutet ja letztendlich, dass ich berechtigt bin, auch diese Ressource zu verändern und dann meine eigenen Bedürfnisse anzupassen und wenn ich individuell Nutzerin bin und eigene Kurse anlege, dann kann ich diese gesamten Inhalte oder auch nur Teile davon in einen anderen Kurs klonen und diese dann auch nach Belieben ändern und da kann ich dann natürlich auch die Aufgabenstellungen ein bisschen umändern, dass ich etwas anderes mache, als hier vorgegeben wurde oder vielleicht eben dann noch Zusatzmaterialien einbaue. Ich möchte jetzt die Funktion mit dem Gruppeanlegen noch einmal genauer zeigen, Schritt für Schritt und auch in diesem ja in einer Lehrerinnen-Schülerinnen Beziehung, das heißt ich habe hier vorbereitet, dass ich zwei Browserfenster parallel betreibe und ich habe hier auch bewusst den blauen Hintergrund gewählt bei meinem Lehrerinnenkonto und auf Seite des Schülerkontos da ist jetzt das Hintergrundbild nicht, aber das mache ich noch schnell damit wir hier auch sehen, also gedacht ist, das Schülerkonto habe ich jetzt hier mit einem roten Hintergrund, damit es auch wirklich ganz, ganz eindeutig ist, also links bin ich als Lehrperson drinnen und im rechten Browser bin ich jetzt als Schüler drinnen und wie wir sehen, es ist hier, ich bin in keinem Kurs vorerst angemeldet, die Schülerinnen können hier genauso mit Microsoft Konten, mit Google Konten, was auch immer in der Schule gebräuchlich ist, einsteigen, können theoretisch auch sich, so wie ich es zuerst gezeigt habe, selbstständig einschreiben in den Kurs, also auch die Schülerinnen haben hier links diesen Ressourcenkatalog zur Verfügung, nur dann fehlt eben diese Lehrerinnen- Schülerinnen- Beziehung. Daher gehe ich als Lehrperson vorher in den Kurs hinein und ich finde hier bei diesem Block EduPublisher die Funktion Gruppe Anliegen vor. Und wenn ich hier hineingehe, dann nenne ich jetzt diese Gruppe E-Education Gruppe beispielsweise und erstelle sie und mit diesem Zeitpunkt bekomme ich hier einen Einladungslink für Schülerinnen und einen Einladungslink für Lehrerinnen. Für die Schülerinnen ist eh klar und für die Lehrerinnen ist der Hintergrund dass ich beispielsweise wenn ich in einem Lehrerinnen-Team arbeite und wir gemeinsam Schülerinnen betreuen dann kann ich natürlich hier auch Kollegen und Kolleginnen in diese Gruppe einladen damit wir gemeinsam mit den Schülerinnen arbeiten können. Wichtig ist aber zu wissen dass diese Funktion Gruppe anlegen nur für Lehrerinnen aus österreichischen Schulen zur Verfügung steht und deswegen weil es könnte sich ja jeder individuell registrieren und das können wir natürlich nicht verantworten dass das weltweit jeder machen kann der will deswegen ist es eben beschränkt auf Lehrerinnen österreichischer Schulen und deswegen muss die Schule entweder individuell registriert sein damit hinterlegt ist dass ich dort eine Lehrperson bin oder ich Funktion Gruppe anlegen mit dem E-Education Konto aufrufen das heißt man meldet sich dann halt als Lehrperson mit Microsoft an und verwendet das E-Education Konto zum Beispiel dann kann ich diese Funktion Gruppe anlegen auch aufrufen und wenn ich aber mit einem anderen Konto eigentlich arbeiten möchte dann könnte ich auch diesen Einladungslink für Lehrerinnen verwenden und mich selber einladen mit dem Nutzerkonto das ich eigentlich verwenden will aber ich denke man kann auch wenn man möchte einfach mit dem E-Education Konto dann arbeiten das heißt diesen Link für die Schülerinnen hier den gebe ich den Schülerinnen weiter ich weiß nicht per E-Mail in Microsoft Teams oder was auch immer wir verwenden an der Schule ich kann natürlich auch genauso den QR-Code hier kopieren und auf ein Arbeitsblatt geben ganz nach belieben und die Schülerinnen müssen nur einmalig diesen Link aufrufen und dann sind sie sofort eingeschrieben in dem Kurs und sie gehören auch jetzt zu meiner Gruppe die ich hier erstellt habe das heißt die Schülerinnen haben jetzt hier alles zur Verfügung um lernen zu können und ich habe die Möglichkeit hier meine Schülerinnen entsprechend zu begleiten jetzt möchte ich wenn ich auf Überblick Teilnehmer gehe da sehe ich den Schränk Robert Schüler und ich sehe dass der Schränk Robert Schüler noch nichts gemacht hat jetzt sage ich den Schülerinnen okay also bitte macht mal hier diese Übung T2 ich kann eine Präsentation erstellen die Schülerinnen klicken hier drauf sagen ich möchte eine Abgabe hinzufügen und laden dann hier ihre Lösung hoch ich habe da etwas vorbereitet dafür und jetzt steht es schon okay es wurde zur Bewertung angenommen aber es ist halt noch nicht bewertet was hat sich für mich als Schüler oder Schülerin ansonsten getan es hat sich außerdem hier die Aufgabe abgehakt also ich habe das jetzt erledigt diesen Punkt Lehrperson ja wenn ich jetzt hier wieder auf die Seite nach links gehe zur Lehrperson das war bei Level 2 2 T2 dann sehe ich hier okay es wurde etwas abgegeben ich möchte das jetzt bewerten den Schränk Robert Schüler bewerte ich hier es wird im Hintergrund eine PDF Datei erzeugt das dauert ein paar Sekunden normalerweise nur wenn überhaupt und ich kann jetzt hier also mir anschauen was hat hier dieser Schüler diese Schülerin abgegeben ich habe die Möglichkeit direkt hier hinein zu zeichnen beziehungsweise ich kann auch gewisse Stempel hier hier zum Beispiel hineingeben und ich kann genauso mit Kommentaren arbeiten und sagen okay da hast du gut gearbeitet oder wie auch immer das heißt ich kann hier einmal direkt ins pdf mein Feedback hineingeben ich kann auch verbales Feedback hier abgeben in diesem Textfeld aber am besten ohne Tippfehler und die wichtigste würde ich jetzt nicht sagen aber eine sehr wichtige Form des Feedbacks ist jetzt hier die Feststellung ob diese Kompetenz nun vorhanden ist oder nicht ja und wir haben sie auch bewusst entschieden dass man jetzt nicht mit Punkten arbeitet sondern es ist ein die Schülerinnen können das jetzt oder sie können es eben nicht und in dem Fall sage ich okay dieser Robert-Schrenk-Schüler der kann das ich kann dann noch hier bestimmen ob die Schülerinnen benachrichtigt werden über diese Bewertung die ich hier gemacht habe oder nicht und dann speichere ich einfach mal meine Bewertung damit ist das jetzt erledigt und auf der Seite von meinen Schülerinnen sehe ich hier der Robert-Schrenk hat bewertet dass du die Kompetenz hast er hat dir auch eine Anmerkung im PDF hinterlassen und da kann ich jetzt auch hier ganz genau mir diese Anmerkungen die ich im PDF hinterlassen habe anschauen so okay und nach dem selben Schema funktioniert es nun auch dass ich als Lehrperson einen Badge oder ein Zertifikat verleihe das heißt ich gehe jetzt auch hier beispielsweise beim Level 2 ganz nach unten und sage okay ich möchte jetzt dem Robert-Schrenk Schüler eine Urkunde verleihen ich kann das entweder in dieser Einzelbewertungsansicht machen ist aber in dem Fall wahrscheinlich sinnvoller zu sagen ich möchte alle Abgaben anzeigen und ich sehe jetzt hier den Robert-Schrenk Schüler und ich kann auch hier direkt in der Liste sagen okay die Urkunde ist erfolgreich abgeschlossen da da kann ich natürlich dann auch gleich vielen Schülerinnen auf einmal diese Bewertung zuweisen wenn ich möchte kann ich auch hier noch ein textuelles Kommentar abgeben ja und dann sage ich Bewertungsänderungen sichern und damit habe ich die Urkunde verliehen wenn ich jetzt wieder zurück wechsle zu meiner Ansicht als Schüler oder Schülerin dann ist jetzt hier diese Urkunde nun verfügbar geworden und wenn ich drauf klicke also dann hier erscheint eigentlich dieses digitale Item das habe ich aber gesammelt schon weil ich habe dasselbe Nutzerkonto gestern verwendet bei einer E-Lecture also normalerweise könnte ich jetzt hier diese Urkunde auch sammeln als Grafik aber ich kann auch das Zertifikat mir anzeigen und dann beispielsweise ausdrucken das wird halt automatisch befüllt mit dem Namen und dem Datum vielleicht zeige ich dann noch die Vergabe von einem Badge damit man das Sammeln noch sieht also ich verleihe jetzt meinem Schüler auch noch den Social Badge und auf Seite meiner Schüler ja ich habe auch den Level erreicht und jetzt habe ich hier diesen Social Badge zur Verfügung und kann diesen Social Badge hier einmalig sammeln und ab dem Zeitpunkt wo ich ihn gesammelt habe erscheint er jetzt eben hier in diesem digitalen Inventar das heißt da sehen die Schülerinnen dann eben auch gewissermaßen ihren Fortschritt was sie da schon alles geleistet haben in diesem Kurs ja ich denke genau das ist schon fast alles eine ja möglicherweise auch nicht unwesentliche Sache ist wenn ich sehen möchte für einzelne Schülerinnen was sie alles geleistet haben da kann ich jetzt hier wieder auf Vollbild gehen das ist links im Panel zu finden unter dem Punkt Bewertungen dann bekomme ich hier über meine Schülerinnen eine Gesamttabelle wo hinterlegt ist das ist natürlich ziemlich lang was sie schon alles abgeschlossen haben man kann daher auch diese einzelnen Dinge einklappen hier dann sieht man Durchschnittswerte und ich kann aber natürlich auch bei einem einzelnen Schüler oder einer einzelnen Schülerin hier auf die Einzelbewertung gehen und dann bekomme ich das hier auch ausgegeben was alles abgeschlossen ist beziehungsweise wenn ich textuelles Feedback gegeben habe dann steht auch dieses textuelle Feedback in dieser Spalte hier das heißt das ist natürlich dann wenn man mit Schülerinnen zum Beispiel reflektieren möchte nicht schlecht dass man hier auf einfachem Weg einen Überblick bekommt und die Schülerinnen ihrerseits haben auch die Möglichkeit diese Bewertungen zu öffnen und sehen dann einfach die eigene Leistung nicht die der anderen klarerweise gut also ich denke damit habe ich alle Funktionen dieses Kurses umrissen und möchte auch gerne einladen diese Funktionen alle auszuprobieren und ich glaube der Michael wollte jetzt noch ergänzen zu Zusatzmaterialien für Lehrerinnen die übrigens letzter Satz in meiner Ansicht als Lehrperson jetzt bin ich ja hier authentifizierte als Lehrperson für mich jetzt sichtbar sind auch im Individualkurs während diese Zusatzmaterialien für Schülerinnen nicht sichtbar sind also auch das schaltet sich sozusagen durch dieses Gruppeanlegen frei weil ich durch das Anliegen der Gruppe dann ja als Lehrperson authentifiziert bin gut in diesem Sinne gebe ich den Michael weiter vielleicht noch eine Geschichte und zwar ein Hinweis wie man das in MS Teams integrieren kann weil unser Problem ja auch oft ist also viele Schulen verwenden MS Teams das ist aber gar nicht so leicht diese Sachen auf MS Teams abzubilden und dafür bietet das auch eine gute Möglichkeit ja okay dann zeige ich das auch noch kurz vor ich werde noch mal meinen Bildschirm teilen das war ein guter Vorschlag wenn mein Team also die Schülerinnen an sich die brauche ich jetzt eigentlich nicht nicht mehr das heißt ich habe jetzt hier auf der rechten Seite meine Ansicht als Lehrperson und hier links werde ich mir irgendein Team heraussuchen Zentrum für Lernmanagement und wenn ich die Funktion Gruppe anlegen aufrufe dann kann ich zum Beispiel hier diesen Einladungslink benutzen ich kann aber natürlich auch direkt den Link zum Kurs verwenden für das was ich jetzt mache nur wenn ich nur den Link zum Kurs verwende dann sind die Schülerinnen nicht sofort meiner Gruppe eingeschrieben das heißt das müssten die Schülerinnen dann extra machen wenn ich jetzt hier diesen Link mir kopiere und in meinen Teams sage ich möchte hier mit dem Plus einen Karteireiter einfügen dann kann ich hier sagen eine beliebige Webseite einbetten da sage ich jetzt zum Beispiel Digital Level Up License und der Link ist dann dieser Link und ab dem Zeitpunkt ist das dann hier drinnen die Schülerinnen müssen dann möglicherweise natürlich trotzdem sagen okay ich melde mich an mit dem Microsoft Konto ist aber so innerhalb von Microsoft Teams dass ich ja eh automatisch schon angemeldet bin das heißt ich muss ja eigentlich nur bestätigen dass ich tatsächlich das will und bin jetzt auch automatisch hier eingeschrieben das heißt ich bin jetzt hier in dieser Microsoft Teams Umgebung und habe eingebettet diesen EduVitual Kurs kann also sofort hier hin und her wechseln und Digital Level Up License kann ja also auch dann sofort lernen und als Lehrperson wahrscheinlich sehe ich jetzt ein drittes Konto im Bund also nein das bin ich ich war ja dieses selbe Konto hier aber das heißt ich würde dann auch natürlich sofort als Lehrperson die Schülerinnen sehen und ich kann natürlich auch in den Microsoft Teams ich bin jetzt hier die Lehrperson auch gleich meine Schülerinnen entsprechend begleiten also das ist dann wirklich mehr oder weniger integriert ins Microsoft Teams Ja danke vielmals und unsere Zeit ist ja fast schon um ich möchte Ihnen nur ganz kurz vielleicht noch vorstellen oder euch was es noch für Möglichkeiten gibt aber jetzt nur mehr im Überblick einerseits findet ihr eben findet dann weitere Padlets mit ergänzendem Material und vertiefend Material zu den Digital Level Applations zu den einzelnen Levels und ihr findet auch viele Anregungen Apps und Tipps für den Fachunterricht die wir versucht haben zu strukturieren nach bestimmten Fachbereichen und es gibt auch noch Apps bzw. Padlets zu den einzelnen Betriebssystemen also jede Menge Material um Sachen noch zu vertiefen für euch wie Schülerinnen mit weiteren Anregungen und damit hoffen wir euch ein umfassendes Paket zur Verfügung zu stellen mit dem ihr einfach gut hoffentlich im Unterricht arbeiten könnt im Team im Lehrerinnen Team aber auch mit den Schülerinnen ja damit stoppe ich und wir haben noch vielleicht zwei Minuten Zeit für Fragen oder Anmerkungen von euch Ich hoffe ihr seid sprachlos von den Möglichkeiten freut euch auf den Einsatz das wäre uns natürlich das Liebste Ich möchte im Rahmen des E-Education Teams gleich einmal bedanken für den hervorragenden Vortrag und werde das gleich morgen ganz bestimmt einem Team Digitale Grundbildung meiner Schule mal zeigen und das Ganze schnellstmöglich sicher umsetzen Sehr schön Grandios gemacht wirklich Dann noch einen schönen Tag mit vielen interessanten Vorträgen Danke fürs Dabeisehen und Zuhören Danke auch von meiner Seite her und noch einen schönen Tag und eine schöne Veranstaltung Schönen Tag noch Gut gemacht Danke Michael Dabeiseh und Dabeiseh